Hallo Tischtennisfreunde, ich bin Michael Pollack, Erfinder von Tischtennistrainingsgeräten aus Fellbach, nahe Stuttgart. Und in diesem Video zeige ich Ihnen meine neue Erfindung, das Leichtmobil Returnboard. Wie der Name es sagt, ist das Leichtmobil Returnboard ein Returnboard-Trainingsgerät. Es ermöglicht ein individuelles Tischtennistraining im Verein oder im Hobbyraum. Gut so. Kommt ein langer Ball zurück, kann ich einen Ballwechsel trainieren. Spieleröffnung mit der Rückhand. Ball auftippen und vor das Bord schlagen. Es soll ein langer Ball zurückkommen. Das mobile Returnboard ist auch am Tisch mobil und kann am Tisch für unterschiedliche Ballwege positioniert werden. Ballweg rückkant diagonal. Ballweg rückkant parallel. Ballweg rückkant. In das schwarze, schmale Platzierungsfeld. Schmale Platzierungsfeld. Ja, hat gut geklappt. Level 11, schnelles Topspit-Training. Wir kommen. Ja, hat gut geklappt. Ja, gut geklappt. Ja, gut geklappt.